Der Werkstoff Holz schafft ein behagliches Wohnklima, in dem man sich rundum wohlfühlt. Die Zimmerei Meuring ist Experte in der hochwertigen Holzverarbeitung. Die traditionelle Zimmerei steht für Schweizer Qualitäthandwerke. Bei akutem Dachschaden, starker Eigenheiminitiative oder blühendem Wohntraum, die Meuring Zimmerei Bedachung AG ist nur ein Telefonanruf entfernt. Für alle Fragen um Holzbau, Dachdecken, Verkleidung, Gebäudedämmung oder kompletten Innenausbau inklusive Treppenbau ist die Firma bereits in der dritten Generation ein erstklassiger Baupartner. Die Meuring Zimmerei Bedachung AG in Zwingen wurde 1965 gegründet und ist Mitglied der Holzbau Schweiz. Sie beschäftigt zehn Fachkräfte und zwei bis drei Lehrlinge. Die Firma ist ein Spezialist in allen Arten des Holzbaus. Täfer, Treppen, Verkleidungen und fertige Bauelemente werden in gleichbleibender Güte gezimmert. Den Neubau oder die Sanierung, die Renovation oder allgemeine Kundenarbeiten begleitet Meuring Zimmerei Bedachung AG mit Sorgfalt und handwerklicher Leidenschaft. Ihre Kompetenzen reichen von der Statikberechnung bis zum Fertighaus. Im Kundengespräch entsteht dabei der Entwurf. Der exakte Plan ist der nächste Schritt im Bauvorhaben. Dann wird das Material produziert und auf die Baustelle geliefert. Fertigstellung und Inbetriebnahme geschehen nach der sorgfältigen Qualitätsprüfung. Wenn Holzarbeiten gefragt sind, ist die Meuring Zimmerei Bedachung AG Ihr Spezialist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017